herzlich willkommen liebe zuschauer zum tipp der woche omikron ist auf dem vormarsch und es ist nur eine frage der zeit bis auch in deutschland die mutante wahrscheinlich ihr unwesen treiben wird und das spielt natürlich einem unternehmen wie eurofa in die karten dass der laborbetreiber hat in der letzten zeit eher ja sich konsolidiert sage ich mal nachdem die aktie über jahre hinweg einen beeindruckenden aufwärts drin hingelegt hatte und teilweise schon 130 euro kostete die letzten wochen eher seitwärts gelaufen aber mit dem er mit dem vormarsch von omikron dürften auch die testaktivitäten wieder zunehmen und wie gesagt das kommt eurofa zugute die aktie muss jetzt nur noch den widerstand bei 110 euro überwinden dann hätten wir luft bis so um die 117 118 und wenn auch diese hürde gemeistert wird dann wäre das allzeithoch das ziel bei 130 bin relativ überzeugt dass auch im nächsten jahr die aktie ihren weg gehen wird entsprechend haben wir ein long produkt herausgesucht dieses mal von morgen stanley die ma2 ky3 der schein kostet 29 0 1 und den stopp kurs platzieren wir bei 24 euro 50 ziel schwer zu sagen immer bei faktoren aber sollten wir in den bereich 120 gehen dann wäre das ziel so um die 38 euro ja letzte woche hatten wir einen schein auf eon empfohlen war nicht die schlechteste idee hat sich jetzt auch natürlich etwas zurückentwickelt nachdem eben ja der wochenstart so schlecht ausgefallen ist wir blicken gleich mal aufs produkt was von den gewinnen die teilweise recht ansehnlich waren übrig geblieben ist ich glaube 284 genau ist der aktuelle kurs 266 der empfehlungskurs also so um die 8 7 7 prozent den stopp kurs könnte man sogar etwas anziehen ich sag mal vielleicht so auf 2 euro 50 und den rest erst mal laufen lassen hat sich wie gesagt sehr gut entwickelt muss man mal abwarten eon wird sich er ja nicht mit dem gesamtmarkt bewegen aber sicherlich auch nicht entziehen können also stopp kurs setzen wer wer auf nummer sicher gehen will legt ihn sogar auf einstand und lässt einfach die position laufen das war es von meiner seite liebe zuschauer ich wünsche ihnen weiterhin gute kurse der tipp der woche meines wissens hat dann erstmal bis ins neue jahr pause ich würde mich freuen wenn wir uns dann auch im neuen jahr wiedersehen ich wünsche ihnen einen guten rutsch bleiben sie gesund bis bald